jetzt kann es doch jetzt kann es doch los gehen alle bereit alle bereit und rein ausgleichen wechselkasten ja muss ich mal kurz überlegen hier wieder in die kapitel oder überhaupt ging mein gott ist schon am haken meine maus ist mir so zu geranz jetzt kann ich wieder kein erzählen der kann ja sogar die sachen schneller abbauen der kann ja richtig was der kommande und das soll ist eine bestrafung sein kommander der richtig was kann weiß ich jetzt nicht hätte etwas anderes überlegen müssen dann hätte die euch einen besseren kommander aussuchen müssen um mich hier zu ärgern das geht mir ab und er hat schon mal keine jüngste auch nicht der auch nicht schon mal keine jüngste schon mal gut werden wir uns lieben wir keine jüngste oder nein ach ja wir sind doch noch amykanian da ist das ja in sind abgebaut kurz kann noch abbrechen und geht ja gar nicht jetzt ein humbug ist das ja soviel dazu dafür ist grüß ich habe jetzt gut die gegen alle Eventualitäten absichern, ne? Falls hier geht dann wieder auf ganz lustige Gedanken kommen, wie Bustos bauen oder so. Wie geht's gut um dir? Ja, wie geht's natürlich immer blenden. Es ist Vorrats Donnerstag. Wie soll es mir denn gehen? Es geht doch gar nicht anders. Mir geht es natürlich blenden. Geht auch eine Bestrafung außerhalb von Vorrats. Wie meinst du denn Bestrafung? Kann man sich eine Bestrafung hier mit Mods kaufen oder was? Äh, mit Kanalfunken? Ich weiß halt nicht, was immer eingestellt wurde auf dem Kanal, ne? Ich hab diese ganzen Belohnungen und so, die hat nicht ich eingeführt. Deswegen. Ich bin da gar kein Experte. Die sind noch von Städten und so. Das ist doch schon wieder Ich hab glaube, das ist nicht hoch genug, oder? Naja, egal. Das kann ich da nicht bauen. Steh durch. Alter, die sind ja schon längst fertig. Das geht's ja gar nicht. Alter, die sind ja schon längst fertig. Das geht's ja gar nicht. Ach du Scheiße. Wo geht der hin? Ganz will er noch nie. soll uns jetzt schon mal wind damit wir später nicht suchen müssen wie sonst immer der fall ist da kann man dann auch mal eine solche nicht schießen oder das ist so schlimm da muss man natürlich aufpassen die sind bist der das macht natürlich nicht angenehmer ist mal kurz gucken Das ist so geil. Ok, wir brauchen mehr Ressourcen auf jeden Fall. Ok, wir brauchen mehr Ressourcen. Ok, wir brauchen mehr Ressourcen. Ok, wir brauchen noch ein Plasma, wir brauchen mehr Feuerkraft hier drinnen. So, wer ist denn das hier mit seinen... Er ist das. Ach komm, der Sniper da jetzt weg muss, weiß ich ja nicht. So oder so brauchen wir mehr Ressourcen. Das ist klar. Soll ich den mal abämmen? Der nervt mich ein bisschen da unten. Ok. Nein, was ist das denn? Das ist der totale Fehlschuss. Was ist das? Wir brauchen jetzt nochmal schießen, dann blocken wir seinen Schuss erst und dann geht sein Plasma rein. Jetzt schießt er nicht mehr oder was. Hey! Ah! Die Tür war nicht offen. Zerfricht. Da ist noch ein... Oh nein. So sehen wir gut geämmt, ey. Ok, wir nehmen uns einmal eine Outside-Energy-Turn mäßig. Wir sind denn hier die besten Windräder. Windräder. Das können wir uns einmal kurz... Oh, schön. Ah, scheiße. Na, jetzt nur dein Nerf, ey. Wir haben nur plus so und so viel, ey. Jetzt kommen mir mal viel mehr vor. Wir haben nur knapp 400 plus, ey. Ui. Das war nicht so nett. Da muss ich wirklich mal sagen, das ist nicht so nett. Oh. Das wird mich natürlich aber jetzt trotzdem ärgern. Von seiner Stelle. Oh, da hätten wir, glaube ich, unten drunter schießen können, oder? Ich denke, ich glaube schon. Warte mal. Das holen wir uns noch. Das Ding. Ah, haha. Ich will mich ja ärgern. Aber das will ich nicht haben. Ich will das da unten. Ah. Nein. Weils nicht, Digga Wird mich tatsächlich gerne nerv'n. Wir können hier gar nicht messbil'n hier rein pupixen, ne? Skrill wie gesagt… so können wir mal langsam über die mal holen kann man die korsche ohne ende aber nicht so das können wir denn noch machen noch ein plasmaren das ist auch so ein billiger doch wenn uns mal so ein gerät das wäre mal was schönes und stabilen hau jetzt machen wir das doch mal ach wir haben keinen Tag 1 ok machen wir mal ganz billig da einen das muss reichen scheiße oh da sind ja überall Schilde ja einer braucht mal Swarms ne aber das ist für uns immer nicht so einfach hier unten das habe ich jetzt einfach mal oh Digga der nervt aber auch hier kann man den nicht wegnehmen aber der baut sich da unten noch schön neu auf ne ist auch nicht so schön Boah Junge der nervt mich ja sowas ein wenig aner wo sind die denn der hat die da will dort gibt es ja gar nicht darf der doch gar nicht ne ne warte mal das ist Quatsch hier so ist besser oh nee oh ernste Natürlich trefft mir das Schild. Ich will ja mehr Energie, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wo hin. Hä? Was ist denn los? Da ist doch ein Haui, hä? Wieso stirbt der denn nicht? Das ist ja strange. Oh. Ey Junge, das gibt es doch gar nicht. Boah, ey. Okay. War eklig abgeämt, aber ist halt manchmal so. Wann ich mal isse halt einfach so? Boah, Junge, ich brauche ja so viel Wind, ne? So, kommen wir denn da ran? Oh, da ist ein Schild. Perfekt. Ja, dann machen wir nochmal genau auf das Schild. Der hat ja so viele Schilde. Da müssen wir direkt was anderes machen hier unten. Hm. Hm. ja egal das hat überall schilder was ein quatsch baut doch was dagegen sie machen hier nichts ach nee wir hätten mörser bauen können machen wir einfach gucken wir mit dem portal ist natürlich immer so eine so eine sache der hat mir deutlich zu viel stahl okay zu wenig aber da hat sich mit dem mate fast zum teufel geschickt man scheiße warum bauen die denn immer nichts gegen die schilder der hat doch zwei kinder das macht immer kaputt aha endlich was gegen die schilder jetzt einfach mehr schuhe das ist immer noch zu wenig schuhe scheiße kann man damit arbeiten wenn man nicht so kacke wäre könnte man damit arbeiten was ist so knapp alter der kommt doch schön der kommt doch schön na doch nicht immer noch ein bisschen noch weiter der wird so zum teufel geschickt der arme der ist gut der ist ein junge alter nach sieben türen kommen dann irgendwann die schilder oder was der hat ein bisschen viele sachen auf jeden fall das ist natürlich sehr nervig müssen wir eben gucken was wir da machen nein 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 ach das schwankt der karren hier so wir haben zu viel kram da muss es nein zu die winter könnte man aber eigentlich auch mal weg nehmen jetzt ruhig das seh ok die müssen viel hören ok das besser yoga mit der aktiven ach du scheiße da kann man ja nur rein halten das ist ja geisteskrank naja geht nicht egal we take it da die schilde die müssen doch weg oh was mal das aber das aber gut aus kommen die höher die kommen höher wir kommen dran easy game dann dann ist easy jetzt können jetzt können wir dem zusetzen weil da drei schwere machen halt richtig schauen die fressen denn jetzt auch stück für stück ja danke ich bin hier die aktive ist auch wirklich ist wirklich was kann bitte immer diese flack oben entfernen guck mal wieder nachbauen will was geht halt einfach nicht weil die mörser zu krass sind ach das ganze ist mir nicht ausdenken tun die weh die tun so weh man oh die schilder sind aus jetzt muss er doch fallen und schießt er rüber zack oh ja jetzt haben wir es doch nie wieder bitte und armen und schießt er nicht los ach der will durchs portal schießen ach die kommen da unten sogar noch an ist ja immer besser die aktive oh ja look at this lol der rettet sich ok jetzt kommen wir mal mit dem meistern noch kursen weil gar nicht mehr dran das ist das sollte jedem klar sein den trennen wir uns also wir gucken was hiermit noch geht oh ok also ich hätte ja den mate getötet aber den gegner hat ihn rausgenommen also alles gut uns trifft hier keine schuld im weiteren sinne wir müssen gucken dass wir da unten ins fundament kommen irgendwie ja genau da ja genau da die anstrengendsten leute der welt sind wieder versammelt hier die portal sind aus dem ist jetzt weg sind natürlich ja da sind sie aus das ist gut das ist doch viel zu hoch merke ich ja jetzt erst ich habe immer wieder wenig wind hier wieder richtig rumgeheult von den ganzen das schien hier so was alter nach ganz schlanken 137.000 das game geworden der einheit ist ein stahl mutter warst du es alter das ist ein richtiger mutter ist ja ganz gebracht bei den ganzen stahl aber diese schweren mälder sind so brutal für schaden die machen guck mal eine salve nächste salve nächste salve es ist einfach alles ab es ist so krass wie viel schaden die machen doch dann haben wir uns irgendwann noch da weiter ausgebaut ist die wetter nach oben da jetzt können sich auch treffen die machen so viel schaden es ist verrückt so zack 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 es ist mine auch noch weg also verbrückt einfach nur verbrückt so